Wir waren im Urlaub in Dänemark. Da haben wir eine wunderbare Buddelkiste gesehen. Sie geht ganz einfach, wie Sie hier in dem Film sehen, aufzuklappen und ist gleichzeitig dann eine Sitzbank für die Kleinen links und rechts. Sehen Sie? Ganz einfach. Und etwas detaillierter können Sie jetzt in den nachfolgenden Bildern die ganze Kiste noch einmal genau sehen. Das ist im geschlossenen Zustand. Dort sehen Sie die einzelnen Leisten angebracht, die das System zum Funktionieren bringen. Dort sind die Scharniere. Außen, das ist der untere Rahmenteil. Innen sind die Pfosten zu sehen, mit denen die ersten Bretter verschraubt sind. So klappt man sie auf. Es ist ein klappbarer Deckel, wie Sie sehen, in zwei Teilen. Diese hinteren Beinleisten ergeben die Stützen. So ist sie jetzt aufgeklappt, sodass Sie die Stützen hinten gegen die Rückwand von dem unteren Teil abstützen, sodass das Ganze nicht nach hinten wegkommt. Armlehnen haben die Bände auch. Es ist einfach genial. Das Ganze wird von innen ebenfalls durch Scharniere zum Klappen gebracht. Sie sehen, sie liegen zur Drechtsnähe und Armlehnen. Da ist so ein Scharnier. Man kann es also sehr gut festgehen. So sieht das Ganze im aufgeklappten Zustand noch einmal aus. Und jetzt sehen Sie noch einmal, wie einfach man das Ganze wieder fließen kann und damit auch die Tiere, besonders Katzen, die gerne in den Sand gehen, fernhalten kann. Und es bleibt einigermaßen sauber und trocken darunter. So einfach. Und Sie sehen, selbst der Hund guckt dumm. Er kann nicht mehr ran. Und Sie sehen, wie sich die Hände ganz nahm. Es gibt eine Anfänger, die wir überstehen. Es gibt eine Anfänger, die Sie sehen. Und Sie sehen, selbst der Hund guckt Raum.